Ja, das wäre natürlich die Traumvorstellung, dass wir da jetzt gleich Meister werden und den Titel holen. Alles erreicht, was geht. Ja, wir sind aus Platz 3 hier hingereist und jetzt am Ende sind wir Erster. Ja, das ist ein mega Gefühl. Das fühlt sich unglaublich an. Ich bin echt schon lange dabei und als du Michael heute über die Linie gefahren bist, das war unglaublich. Ich habe geweint, ich war völlig am Ende. Ja, wir haben einen super Job gemacht das ganze Jahr. Vielen Dank an Christian, ich glaube, dass wir eine perfekte Kombination waren. Sehr gute Fahrerpaarung, bessere kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Deswegen glaube ich, wir haben Ende auch ganz oben und meiner Meinung nach auch sehr verdient. Wir haben drei Siege eingefahren und keiner hat einen Fehler gemacht. Deswegen bin ich schon sehr stolz, dass wir das jetzt nach Hause gefahren haben. Jetzt ist auf der einen Seite ein riesen Stein vom Herzen gefallen, auf der anderen Seite ist es das Erreichen eines lebenlangen Ziels. Und das mit SSR Performance im ersten Jahr, im ersten Anlauf mit dem Porsche. Unglaublich, un-unglaublich. Wie gesagt, jeder Titel ist für mich gleich viel wert. Jeder Titel war etwas Besonderes, jeder hat eine spezielle Geschichte und auch der Titel. Ich bin mega glücklich. Ich bin mega glücklich. Herr dir часischend. Herr Yuver-G nieuws wird, da 하나� 52 sogar compiled. Derhe Rote hat einen Tag zur Bis zum nächsten Mal. Whate